Der KinoCast Hallo und willkommen hier zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und meine Wenigkeit, ich bin der Erik, ich grüße alle da draußen. Ich habe hier so eine neue Schreibtischunterlage, die rutscht. Scheiße. Vorher hatte ich so einen, das war unten gummiert, das hat nicht gerutscht, das ist blöd. Okay, also wir haben aber hier ein paar Filme mitgebracht für euch da draußen, hier in unserem Film- und Kino-Podcast. Nämlich aus der Sneak Preview den Film genau hinhören, Bagman. Nicht Batman, Bagman mit G wie Gustav. Oder wie Golf im NATO-Alphabet. Genau, den hatten wir mit Sam Cleflin. Und dann sprechen wir noch über, da weiß ich gar nicht, was es ist, Ricky Stenicki. Ricky Stenicki, ja. Stenicki, okay, da wird uns der Chris nachher die Story of Ricky erzählen. Und Twisters habe ich gesehen, den gibt es ja jetzt zum Kaufen digital. Und ich hatte von Amazon einen 5-Euro-Gutschein bekommen. Und da habe ich gedacht, was kannst du den denn mal einlösen? Dann habe ich geschaut, was es da so gibt. Dann habe ich mir den mal geklickt. Außerdem habe ich ein paar Serien geschaut. Und das eine ist The Day of the Jackal. Oder man kennt es im Deutschen, es gab mal einen Film, Der Schakal mit Bruce Willis. Und es gab auch schon mal einen alten französischen Film. Auch Der Schakal über so einen Attentäter. Die Serie habe ich bis zur aktuellen Folge geschaut. Und die Amazon-Prime-Serie Licht aus. Und worum es sich da handelt, erfahrt ihr dann später. Jetzt erst mal zu Backman. Damit bin ich dran. Jetzt muss ich erst mal überlegen, was ich da überhaupt alles erzähle. Denn so viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Der Film ist eigentlich, ja, man kann es eigentlich fast auf dem Bierdeckel erklären. Aber ich will euch ja ein bisschen mitnehmen, was wir da ... Also Sam Cleflin kommt wieder quasi an den Ort seiner Kindheit zurück mit Familie. Und da, wo er zurückkommt, hat sein Bruder das Geschäft vom Vater übernommen. Irgendwas machen die mit Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, die ... Ein Sägewerk, ja. Ein Sägewerk, oder ich weiß nicht, die holen ... Ist ein Sägewerk. Die holen, ja, die holen aber ja Bretter beim Sägewerk ab. Ich weiß nicht, irgendwas mit Holz. Also es wird doch nicht, ist doch völlig irrelevant. Und wir sehen auch am Anfang so eine Art Rückblick in so einem Traum von ihm, was da irgendwie, als er klein war, passiert ist. Da hat er irgendwie seinen Vater, irgendwie so eine Traumsequenz, dass sein Vater gestorben ist. Aber das wird auch nicht nochmal näher thematisiert. Auf jeden Fall kommt er mit seiner Frau und mit seinem Kind an den Ort seiner Kindheit zurück, um da in diesem Holzwerk mitzuarbeiten. Und ja, er wird dann wieder eingeholt von düsteren Albträumen. Und wir stellen dann fest, dass offensichtlich da bei seiner Phobie, die er aus seiner Kindheit mitschleppt, da wohl doch ein bisschen mehr dran war. Denn da gab es in so einer alten Kupfermine, gab es da so einen Eingang. Und da hat man sich so Legenden erzählt, dass da der Bagman drin wohnt. Und der Bagman, der sucht sich halt irgendwelche Kinder aus. Und zwar nicht die Bösen, sondern eigentlich die Guten. Und zuerst schneidet er diesen Kindern eine Haarsträhne ab, um sich die zu merken, wen er sich holen will. Und dann holt er sich das Kind ganz. Und er heißt Bagman, weil er so einen großen Seesack hat mit so einem fetten Reißverschluss dran. Und da sperrt er die Kinder dann ein in diesen Sack und nimmt sie mit. Und genau das hat man Sam Claflin, der hier Patrick heißt, im Film schon als Kind erzählt, diese Legende. Und er geht natürlich mit seinem Bruder da mal hin zu diesem Eingang von dieser Kupfermine. Und da passiert auch was. Ach so, ein persönlicher Gegenstand hebt er sich auch noch auf, der Bagman. Und da lässt er nämlich was fallen, der Patrick. Und das nimmt sich der Bagman offensichtlich. Und als dann Jahre später er zurückkommt, offensichtlich ist der Bagman sehr regional gebunden an seine Höhle. Er kann jetzt nicht weit weg. Also offensichtlich, wo Sam Claflin, also hier der Patrick, weiter weg gewohnt hat, da war alles safe. Ja, da fragt man sich auch, warum kommt er jetzt überhaupt zurück? Aber sonst gäbe es ja keinen Film. Ja, er kommt dann zurück und dann natürlich erwächst die Bedrohung auch für das Kind von Patrick und von seiner Frau. Und da ist auch, wie es in einer IMDB-Kritik hier, da gibt es ja welche, die da unten drunter ihre Meinung schreiben, hat einer so geschrieben, ja, der Film hat einen Großteil Bad Parenting, also schlechte Elternschaft, ja, weil die wissen, dass ihr Kind bedroht ist und lassen es ständig allein. Oder geben es irgendjemand anders oder sowas. Ja, da sind lauter solche Facepalm-Szenen drin. Ja, an sich hätte es cool werden können, weil es sind so diese kleinen, ja, günstig getretenen Indie-Horror-Filme, die eigentlich immer, wenn sie cool sind, irgendwie ganz geil sind, weil sie irgendwie so ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade funktionieren. Aber irgendwie der hier nicht so, oder Chris? Nee, überhaupt gar nicht so. Also das war teilweise schon erschreckend dämlich. Bis die Erkenntnis gereift ist, was da abgeht und wie und was und mit welchem Traumata der Hauptcharakter da unterwegs ist, wurde auch gedacht, dass so, ach, come on, also sehr, sehr viel, also nicht nur Bad Parenting, das auf jeden Fall, sondern auch sehr, sehr viel Facepalming, wie ich fand zumindest, weil einiges nicht so wirklich durchdacht war. Also, Beispiel, die haben halt ein Haus am Wald und ja, dann ist so, ja, da ist unser Haus am Wald und ist ja egal, ob unser... Ohne Zaun. Ohne Zaun, genau, ist ja scheißegal, ob unser Kind dann in... In Amerika. In den Wald rennt und, äh... Ja, das Kind ist wirklich noch klein, ne, also das versteht das noch nicht so richtig anscheinend. Ja, deswegen... Ja, und, 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 wo du halt denkst so, ja genau, ähm, weiß ich jetzt nicht so. Und, und, ganz arg wie solche, solche Sachen einfach auch. Und auch das Kind, das dann in den Wald hineinrennt, weil es hinter einer Puppe hinterher ist, oder du denkst, ja okay, und es fällt der Mutter relativ früh auf und sie ist relativ schnell hinter dem Kind her und im Endeffekt ist aber das Kind schon so tief irgendwo im Wald, äh, dass, ja, dass das eigentlich nichts mehr zu sehen davon ist und nichts mehr zu hören davon ist. Und, äh, dann spielt es noch auf der Flöte irgendwas und das müsstest du eigentlich als normaler Mensch, müsstest du das sofort hören und mitkriegen, wenn das nicht so weit sein kann, auch über die Weite. Und das war dann erst mal so, hä, oh, wo ist es? Und dann plötzlich hat sie das Kind gefunden. Also ohne Hilfe der Flöte. Was warst du so, hä? Hä? Also ganz, ganz viele, äh, einfach Sachen, wo du denkst, so, ja gut. Dämlich, aber der Dämlichkeit wegen. Auch die, die Bewachung vom Haus nachher mit, oh ja, oh, er kann ihn Wachhunde besorgen und er kann das da machen. Die schützen ihr Haus. Und dann, oh ja, war ein Stromausfall. Ja, das hat es registriert, das ist mehrfach passiert in der Nacht. Ha, 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 ha. Aber, also, äh, ja, das war so ein Aufeinandertreffen von teilweise saudubbeligen Anstellen. Äh, okay, das verstehst du die Hälfte da draußen nicht? Saudubbelig, oder? Doch, das versteht man schon. Dubbelig. Das versteht man schon. Dösbatterig, ähm, dumm. Dusselig. Ja, und das ist einfach, es waren einfach ganz... Leider, leider. Zu viele so, so Sachen. Und es hat ein paar nette Elemente bestimmt auch gehabt, aber warum der Backman da so ist und was er tut und was er will und überhaupt, das habe ich bis jetzt noch nicht kapiert. Vor allem, es wird ja erzählt, dass da die Mine, da haben früher hunderte Arbeiter gearbeitet in der Kupfermine und dann, wo die nicht mehr da sind, plötzlich ist da der Backman drin in der Mine. Also, äh, da fehlt mir auch irgendwie so diese, diese Überleitung, ja, wie, also, ich habe ja immer gedacht, die sagen dann, ja, das ist irgendjemand, den hat man da mal eingesperrt und jetzt spukt sein Geist oder irgendwie, nee, nix, nix dergleichen ist halt, ach, und dann auch so dämlich, wo der, wo der als kleiner Junge, der Patrick da, äh, sich dieser Höhle nähert und, ja, da ist so ein ganz bestimmtes Holz, was da wächst und ich will das gern schnitzen. Oh Gott, wie dämlich, ey. Ja, die, Grandpa hat gesagt, das ist das beste Holz und Papa, ey, nee, da waren so viele so dämliche Szenen drin. Ich meine, das einzig Gute war, äh, der Film geht wirklich nur anderthalb Stunde, ja, was für die Sneak ganz, ganz okay ist, ähm, also in der Sneak ist der, ist der schon okay, ähm, weil dadurch, dass dann die, die Sneak Community hier in Stuttgart, äh, machen ja dann auch immer ein paar Späße, da kommen ein paar lustige Einwürfe und sowas, das macht den Film dann etwas erträglicher, paar Leute sind ja auch gegangen, äh, wir haben, wir haben geschätzt, der Chris hat, hat gewonnen, unsere Schätzung, ich hab gesagt, da wären ungefähr so zehn, der Chris hat gesagt, auf jeden Fall mehr, ähm, und, äh, es sind tatsächlich mehr als zehn Leute rausgegangen, also zumindest die, die wir bemerkt haben, wir sitzen ungefähr in der Mitte und wir kriegen sie eigentlich nur so richtig mit, wenn jemand vor uns sitzt, wenn jemand hinter uns dann den hinteren Ausgang nimmt, dann sehen wir das nicht so. Ja, also könnte sogar noch mehr gewesen sein, ja, da waren natürlich auch so ein paar wirklich billige Schock, Schockszenen drin, wir hatten ja letztens so einen Film, wo ich gesagt hab, ähm, da waren die Schockszenen eigentlich, da waren auch so zwei, drei Sachen, aber die waren irgendwie so intelligent gemacht, ja, hier nicht, also hier ist wirklich so dieses billige Ding, irgendjemand schlägt irgendwas zur Seite, mit einmal, buh, ist irgendwas dahinter und dann gleich mit, mit Soundeffekt begleitet und so, dass du zusammenfährst und, ja, aus der Rubrik Hätte gut werden können, ist ja auch von dem Studio, was The Strangers gemacht hat und den Produzenten dahinter und The Strangers, der hat ja schon so eine, ja, so eine gruselige Grundstimmung und man wusste nicht genau und hat dann einen auch richtig schön mitgenommen, ähm, der Regisseur des Ganzen, der hat ja diesen Film gemacht, den hatten wir auch mal besprochen hier in der Sendung, The Girl with All the Gifts, ich glaub, die Kate hatte den gesehen und bei Black Mirror bei einer, bei einer Episode und so, also, ich denk mal, der kann schon was, ne, auch bei, bei Sherlock, äh, bei der Serie, ja, aber hier, ich weiß nicht, vielleicht gab da auch das Buch zu wenig her, ich weiß es nicht, woran es lag, hm. Und das ist halt, das ist halt einfach super, super schade, also, weil, ja, die Figur an sich, aber ich fand, ich wusste auch nicht, warum die so, teilweise so, so, äh, Fähigkeiten einfach hat, wie Backman da hatte, dieses Übermenschliche mit, mit irgendwelchen, äh, Schlössern öffnen von außen, also, konnte alles Mögliche, aber dann irgendwie doch wieder nicht und, hä? Hä? Also, es hat so vieles, hä, einfach hinterlassen bei mir, was ich einfach schade fand und das, äh, dann nicht so. Hm. Ja. Dann der, in seinem, in seinem Heim vom Backman überall Kerzen, das ist, das bringt ein ganz schönes Brandrisiko mit sich, muss ich sagen. Ja, gut, aber es war ja ne, 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 ne Höhle. Muss ich mal davor warnen, aber das war ja auch brennbares Material. Naja. Ähm, ja, der, der, der Drehbuchautor, ich hab jetzt gerade mal geguckt hier in INW, der hat gar nicht so viele Bücher geschrieben und die er geschrieben hat, die sind in relativ großen Abstand, also, das vorhergehende war irgendwie Blood, Sweat and Tears, ein Basketball irgendwas, ein Basketballfilm hat er das Buch geschrieben, dann davor 2005 Unknown Soldier, Searching for the Father und dann 1996 The Grave und das war's. Also, das bestätigt meine Vermutung, dass das kein sehr erfahrener Drehbuchautor war, der weiß, wie man irgendwie Suspense irgendwie aufbaut oder sowas, ja. Naja, punktemäßig. Ich geb mal fünf Punkte hier, ähm, weil für die Sneak ganz okay, ja, kann man mal gucken. Ja, kann man mal gucken. Also, ich bin tatsächlich bei vier von zehn Punkten, weil, weil komplett Banane. Und werfen wir gleich mal. Also, nicht komplett Banane, aber halt einfach schade. Mal ein Blick in unsere Gruppe hier. Oh, ich hab sogar zwei Leute acht Punkte gegeben, sehe ich hier. Eine, eine hat sieben Punkte. Ähm, ihr könnt da gerne auf kinocast.net, der Beitrag wird oben gehalten, immer jeweils bis zur nächsten Sneak, ähm, könnt ihr gerne noch abstimmen. Fünf Punkte haben einige gegeben, vier, drei, eins haben sehr viele gegeben, null haben hier sogar sieben Leute gegeben, also. Die meisten haben null gegeben, ne? Also, null, nee, also das, ja, nee, also das ist wirklich, also gut, wenn man halt mit dem Genre gar nichts anfangen kann, aber man muss schon, finde ich, so den Film an sich auch irgendwie bewerten, also man kann ja nicht, naja, egal. Weil, das finde ich ein bisschen, und dann, die meisten empfehlen den auch nicht weiter, den Film, also 85 Prozent aktuell, aber da werden bis morgen noch ein paar dazukommen. Ich sehe das ja immer bei mir so ein bisschen die, die Zugriffsstatistiken und, ähm, da sind dann speziell am Montag, gucken halt viele nochmal rein, die die Tipps sehen wollen für die nächste Sneak und die geben dann auch nochmal ihre Wertung ab, äh, die es bis dahin nicht gemacht haben. Apropos Tipps für die nächste Sneak, Chris. Der Tipp für die Sneak 1243 am Montag, den 18. November 2024 lautet, eine Schachtel Pralinen. Erik, sind die Tipps eingegangen? Ja, der Martin hat da als erstes getippt. Der schreibt, endlich mal einen Tipp, mit dem ich etwas anfangen kann. Tom Hanks und Robin Wright unter der Regie von Robert Zemeckis. Das hatten wir schon mal bei Forrest Gump, deswegen tippte er auf den Film, hier, wo diese drei wieder zusammen an einem Film mitwirken. Würde ich sehr gerne sehen, hätte ich aber so meine Bedenken, ob der jetzt schon hier bei uns in der Sneak läuft. Och, sowas würde ich nie ausschließen. Ja, ne, ja, meine ja nur, wann, warte mal, ich gucke mal kurz. Und Robert Zemeckis macht halt schon geile Filme. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, warte mal, wo steht denn hier die, ich finde es gerade nicht, wann der, ob der schon in den USA überhaupt lief oder so. Ne, in Theaters, also in den USA läuft er offensichtlich gerade. Ja, da haben wir noch eine Chance. Okay, also könnte es sein, ja. Ah, okay. Da hätte ich Bock drauf. Ich auch, ja. Wie lange geht der? Hier? 1,44, das geht. Dann habe ich noch einen Tipp mit reingeworfen, damit überhaupt was da überhaupt drinsteht, nämlich A Different Man mit Sebastian Stan. Und das könnte nämlich auch passen auf den Tipp. So, aber mehr ist noch gar nicht eingegangen. Also beim letzten Mal gab es ein bisschen mehr. Was ist da los? Werden wir sehen. Wir werfen aber mal einen Blick, was so aktuell in den Kinocharts ist hier in Stuttgart und natürlich auch, was diese Woche alles Neues startet. Kinocharts und Neustart. Platz 5 in Stuttgart sind die Woodwalkers. Platz 4, oh Gott, die was? Die Witwe Klikow. Klikow, ja. Platz 3 ist der, ja, Stuttgarter Überraschungs, ja, Hit, Erfolg, keine Ahnung, der jetzt schon seit Ewigkeiten läuft, Cranko. Platz Nummer 2 ist der Film über Erik, alter, weißer Mann. Ja, aber mit einem S, nicht mit SZ. Dann Platz 1 hier in Stuttgart ist Red One, Alarmstufe Weihnachten. Wow, 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 nicht schlecht, guter Konter. Danke. Im Heimkino ging einiges ab, da gehen wir jetzt mal rein. Heimkino. Ricky Stenicki. Ja, wer braucht schon Kinos zu starten? Ricky Stenicki Wrestling hier. Genau, also Kinovorschau machen wir keine diese Woche. Machen wir nicht? Können wir noch machen. Ich meine ja nur, weil du schon Heimkino gleich machst. Stimmt, machen wir noch. Alter, weißer Mann. Was kommt, was kommt denn? Komm, den ersten kannst du machen. Es startet Konklavel, ein Film von Edward Berger, Edward Berger nach einem Roman von Robert Harris über die neue Papstwahl und ein Geheimnis des verstorbenen Papstes. Oh nein. Hauptsache, der kommt nicht in der Sneak. Da, ich weiß nicht, also ein Zwei-Stunden-Film über die Papstwahl von Edward Berger. Nee, muss ich nicht sehen. Also wirklich nicht. Dann lieber Weihnachten der Tiere. Ein putziger Animationsfilm zur Weihnachtszeit über Tiere, die eine besinnliche Zeit ganz unterschiedlich erleben. Ja, mit 68 Minuten auch coole Zeit. Das wäre gut für das nächste Mal. Dann startet ein Film, wo, glaube ich, der Erik und ich beide ein bisschen ins Kotzen kriegen würden. Spiders, ihr Biss ist der Tod. Haarsträumender Spinnenhorror aus Frankreich. Dö, nö. Ich habe keine Phobie vor Spinnen oder so. Ach, da fällt mir gerade was ein, ja. Okay, muss ich noch machen. So, das ist Christmas. Ein humorvoller, tiefgründiger, irischer Dokumentarfilm. Deswegen spricht man den auch nicht. Sondern Milchzähne, ein Dramafilm über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und dann mache ich den gleich noch Piano-Lesson. Adaption des preisgekrönten Theaterstücks mit Samuel L. Jackson und John David Washington. Okay. Okay. Naja, reißt jetzt niemanden wirklich vom Hocker, deswegen wollte ich das auch überspringen und gleich mit einem Heimkino weitermachen, wo man jetzt nochmal reingeht. Heimkino. Ricky Stannicki. Ricky Stannicki. Film auf Amazon Prime, habe ich mir den geklickt. Und geht um eine Dreier-Kombo an Freunden. Und zwar JT, Dean und Wes ist es. Jeremy Fowler als Wes, Andrew Santino als JT und Zac Efron als Dean. Und die sind schon, wie gesagt, seit jüngster Kindheit befreundet. Und eines Abends, wo an Halloween so ein bisschen was schief geht, also sie wollen das so ein bisschen verhassten. Familie ist ein Streichspiel mit Hundekacke auf der Veranda, die brennt, wo man dann austritt und drauf tritt und so. Und dummerweise sind die Leute aber nicht zu Hause und statt, dass das irgendwie lustig ist, fängt eben nebenan die Strohpuppe, wo er neben dran steht, fängt Feuer und dementsprechend die ganze Vorderfront des Hauses. Und die Jungs brauchen dann dringend eine Ausrede und erfinden dann Ricky Stannicki, den imaginären Freund sozusagen, der für alles herhalten muss, was sie so angestellt haben. Und das ziehen sie tatsächlich ihr ganzes Leben lang durch, also auch 20 Jahre später dann noch, wo sie dann da in verschiedenen Positionen sind und auch ihr Leben weitergelebt haben. Aber immer wieder, wenn die drei Jungs einen Ausflug machen wollten, dann ohne die Frauen und so hieß es, oh ja, wir müssen Ricky helfen. Und oh nein, Ricky ist wieder krank oder Ricky hat Krebs und Ricky ist übrigens hier und hilft gerade Bono mit bei irgendwelchen Dörfern in Afrika und das ist nicht was. Und das führt eben dazu, dass irgendwann die Frauen ein bisschen, ja, sagen wir es mal so, so ein bisschen misstrauisch werden, wie das Ganze läuft. Das ist dann noch, es steht dann noch, die Geburt von JTs Sohn steht an, die Babyparty verpasst er schon, weil sie da nach Atlantic City gehen zum Gambeln und eine Show sehen. Und da treffen sie eben auf einen, ja, auf so eine One-Man-Show, auf John Cena, der dann Ricky Stanicki später verkörpern wird. Und der so, ja, nicht Impro-Comedy, sondern so, er singt Lieder auf der Bühne, aber, also bekannte Lieder nur umgetextet auf was Sexuelles. Und vielleicht, Erik, vielleicht kennst du das eine Meme, wo es da schon gibt mit, ooh, baby, I masturbate every day. Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht, okay. Das ist mir zu anzüglich sowas. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall schlüpft er da halt in verschiedene Rollen immer wieder rein, aber ist völlig erfolglos. Und hat auch das Gefühl, dass er von zwei Typen verfolgt wird, die immer hinter ihm her sind. Das ist alles so ein bisschen nöp. Und dadurch, dass die Frauen dann sagen, hey, ihr bringt doch jetzt mal den, ladet doch mal den Ricky ein, hier zur Bar Mitzwa von unserem, von unserem, von dem Kleinen, von dem Neugeboden. Das ist Bar Mitzwa oder Beschneidungszeremonie. Ich glaube, es ist Beschneidungszeremonie, ich kenn mich da nicht, Religion, damit kannst du mich wieder jagen. Auf jeden Fall, die Beschneidungszeremonie von dem Baby steht an und da soll Ricky Stenicki kommen. Und sie heuern dann tatsächlich John Cena an und der hat sich top vorbereitet, inklusive Namensänderung. Dass es also komplett perfekt ist und so wird die Lüge, wird zur Realität und alles wird noch viel komplizierter. Weil eben, ja, Ricky Stenicki relativ gut ankommt. Er freundet sich nämlich dann auch noch mit dem Boss von zwei der dreien an, mit Summer Haze, gespielt von William H. Macy, den kennt man auch noch. Und dementsprechend wird das, ja, ein ziemlicher Kuddelmuddel mit ziemlich skurrilen Szenen teilweise und relativ witzigen Situationen. Ist jetzt nicht der absolute Überpringung. Klingt jetzt sehr verwirrend, ist es denn gut? Na, es ist jetzt, es klingt verwirrender, als es ist. Es ist gar nicht so verwirrend. Nur halt, Ricky Stenicki geht voll in seiner Rolle auf. Es ist halt John Cena. Ich weiß nicht, warum der gerade so viele Comedy-Rollen übernimmt. Ich meine, das ist gedreht von, ja, von Peter Farrelly. Peter Farrelly, ja. Und der macht ja so ein bisschen so, ja, der hat ja zuletzt, hat dir ja auch gefallen, The Last Beer Run und sowas. Ja, der Last Beer Run war großartig. The greatest beer run ever. Ja, der war auch großartig. Genau, aber sonst hat er halt auch solche Sachen gemacht, wie Movie 43, Dumm und Dümmer und solche ganzen Dinge. Ja, aber Dumm und Dümmer ist auch nicht so schlecht. Okay. Fand ich auch nicht so schlecht. Verrückt nach Mary hat er gemacht. Ja gut, das war ja damals sein großer. Green Book. Ja, Green Book hat er produziert, hat er nicht gedreht, oder? Ja, okay. Ja, aber er hat halt einen ganz relativ eigenen Humor. Nee, Entschuldigung, hat gedreht. Sorry. Ja, die Idee auf jeden Fall dahinter ist schon nicht so verkehrt. Tatsächlich, der hat Green Book gedreht. So ein ernsthaftes Ding. Okay, also den fand ich richtig gut. Okay. Ja, siehst du? Blindes Huhnkorn und so. Und ja, es ist halt erstmal erstaunlich, dass eine Lüge so lange aufrechterhalten werden kann. Das ist schon so ein bisschen skurriert. Es gibt einiges, wo man sich sagt so, ey, ja, ist klar, Digga. Ja, nur für zwischendurch, für einen leichten Fernsehabend, für einen leichten Filmeabend ist es auf jeden Fall was, wo man sich einschalten kann, wo man reingucken kann. Es ist jetzt nicht der Überbringer, wird bestimmt keine Preise gewinnen. Es ist okay. Also es ist deutlich besser. Und ich werte ihn tatsächlich nochmal einen halben Punkt auf, weil ich da auch ein bisschen gelacht habe. Also ich habe ihn bei 5,5 von 10, weil es halt, wie gesagt, nicht der Killer-Film ist, der auch nicht groß tiefgründig ist. Es geht um Freundschaft, es geht um Zusammenhalt und es geht darum, wie komme ich aus einer Lügengeschichte irgendwie raus und was passiert, wenn die Lüge real wird. Und deswegen, also kann man sich schon mal anschauen. Guck ich vielleicht doch mal rein, ja mal schauen. Ja, mal reinschauen, wie gesagt. Die Songs, wo halt Ricky Stenicke singt, sind halt, das ist halt komplett Banane. Okay, ich habe auch auf Amazon Prime tatsächlich Twisters angeschaut mit dem S hinten dran. Also nicht Twister, den da so ziemlich jeder kennt mit der fliegenden Kuh und so, sondern Twistoss. Und mir hat ja der ursprüngliche Film sehr gut gefallen. Ich war damals auch in Universal Studios in der Twister-Attraktion und so weiter, war auch geil. Und ich mochte den. Und ja, der neue Film, da hatte Kate, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Deswegen werde ich es jetzt nur noch mal kurz zusammenfassen für die, die damals die Episode nicht gehört haben. Es ist keine Fortsetzung oder irgendwas. Es ist halt eine eigene Geschichte, die da erzählt wird. Und wir sehen eine junge Frau, gespielt von Daisy Edgar Jones. Die heißt auch Kate Cooper da in dem Film. Und sie hat oder gibt es am Anfang so eine Geschichte, wo sie noch ganz jung ist, zusammen mit ihren Freunden, wo sie schon so die Stürme jagen. Und da will sie was ausprobieren, hat sie was erfunden, so als Schulprojekt, dass man quasi die Wirbelstürme, wenn die entstehen, dass man die mit irgendwas impft, dass die wieder zusammenbrechen, dass die gar nicht erst ihre Kraft erreichen und so. Und das will sie dann probieren. Und dabei kommt es aber zu einer Katastrophe, wo halt welche von ihren Freunden sterben. Und dann kommt ein Cut in dem Film und wir sehen dann, dass sie irgendwo, New York, keine Ahnung, Washington, irgendwo halt was ganz anderes macht mittlerweile. Und sie wird von einem ihrer alten Freunde, der damals überlebt hatte, kontaktiert. Und der ist nämlich immer noch in diesem Sturmjagd-Business, was ja in den USA tatsächlich irgendwie so ein Ding ist, dass man die Stürme jagt, um die zu erforschen und so und damit auch Geld verdienen. Oder halt einfach effekthascherig irgendwelche YouTube- oder Livestreams macht auf Twitch und so und damit Geld verdienen. Und so kommt sie dann halt doch wieder in ihre alte Heimat, Oklahoma, wo eben so diese Stürme, wo die meisten Stürme da so passieren. Und sie soll denen halt auch helfen. Sie haben einen Sponsor gefunden für ihr Programm und sie brauchen ihr Gespür, weil sie hat irgendwie das gespürt, wo da die Stürme entstehen und sowas. Das ist so ein bisschen kurios, aber naja. Und während sie da ankommt, da sieht sie schon, da ist mittlerweile ein, das ist ja fast wie so ein Volksfest. Da sind ganz viele Autos da, die alle Stürme jagen wollen. Jeder will da irgendwie. Und da sind noch welche dabei, die wirklich einen YouTube-Kanal haben. Und da ist zum Beispiel der Tyler dabei, gespielt von Glenn Powell, den man ja jetzt auch in diversen Filmen aktuell sieht, so gefühlt in jedem Film. Der ja auch bei, weiß ich weiß nicht, Top Gun Maverick mitgespielt hat. Und hier, der hat man auch in der Sneak gehabt. Und, also nicht den Top Gun Maverick, sondern irgendwie diverse Male in anderen Filmen. Und jedenfalls, der ist so ein ganz komischer Typ, der so YouTube-Kanäle macht und fährt immer mitten in den Sturm rein, macht da ein Feuerwerk und da Spaß zu machen und so. Also, natürlich ist das so die Nemesis, weil der geht da überhaupt nicht wissenschaftlich an. Und dann muss sie aber doch feststellen, dass da doch ein bisschen mehr hinter steckt, was er so macht. Und sie kommen sich da noch näher und sie müssen da natürlich auch dann irgendwann zusammenarbeiten. Und, sagen wir mal so, den ersten Teil des Films, den fand ich echt, boah, wirklich echt ein bisschen mäh. Und dann, aber dann hat er mich dann irgendwann gehabt, ab einem bestimmten Punkt, da fand ich ihn echt gut gemacht, weil da wird dann halt auch mal gezeigt, wie es dann hinterher aussieht und wie die dann auch helfen in den einzelnen, Sturmgebieten und jetzt haben wir es ja gerade auch aktuell, das Thema in den USA. Da sind ja gerade ein paar Wirbelstürme durchgezogen und die werden halt auch durch, ja, die kuriose Klimasachen auch immer heftiger. Was natürlich manche Leute überhaupt nicht einsehen wollen, aber ja, jedenfalls sieht man das dann halt auch in dem Film. Und ja, ich fand ihn da doch ganz gut, auch von den Effekten her ziemlich gut gemacht. Und die Story hat dann, man muss halt wirklich so das erste Drittel des Films überstehen, der ein bisschen komisch ist, ein bisschen weird und irgendwie nicht so richtig passt und irgendwie so ein bisschen so zusammengefasst ist. Und ja, also mir hat er dann letzten Endes dann doch gefallen. Ich würde da mal sieben Punkte geben. Kann man sich durchaus mal schauen. Aktuell noch für 4,99 Euro. Ich hatte einen 5-Euro-Gutschein, jetzt habe ich noch einen Cent übrig. Oder dann halt einfach mal ein bisschen warten, bis der dann irgendwo im regulären Programm irgendwo läuft, in irgendeinem Paket mit drin ist bei Netflix oder irgendwas. Aber kann man durchaus mal anschauen. Da geht ordentlich was. Hast du da schon mal irgendwie reingeschaut? Nee, noch nicht, aber möchte ich eigentlich trotz allem schon ein bisschen sehen. Auch wenn ich schon wieder sehe, ach, hervorragend irgendwelches Liebesgedöns mit, der versteht mich nicht, der macht das ganz anders. Oh mein Gott, nehme ich hier und jetzt. Naja, das ist aber sehr charmant gemacht, finde ich. Also das, es gibt ja manchmal so, wo du denkst, oh nee. Aber hier ist es wirklich eigentlich ganz cool gemacht. Und auch dann so ihre Mutter, die spielt es auch echt cool. Deine Mutter. Okay, Twisters, Empfehlungen, Film und jetzt mal rüber in den Serienbereich, wo ich noch ein bisschen was habe. Der Schakal. Kennst du das überhaupt? Ja, klar. Also nicht nur den mit Bruce Willis, sondern auch den alten Film vielleicht. Ja, ja, ich kenne tatsächlich beide. Von 73. Ja, ja, ja. Tatsächlich, okay. Das war diese Phase mit, oh ja, guck mal, hier, Bruce Willis, Schakal. Also, was, da gab es ein Original oder noch einen alten? Lass den auch mal gucken. Also, das muss man. Im Original war es, glaube ich, ein Attentat auf den französischen Präsidenten, der da die Chance Elysee langfährt oder so, was da geplant war. C'est possible. Ja, natürlich. Und hier in der neuen Serie, die den Originaltitel hat, also wie auch die Originalfilmtitel waren, The Day of the Jackal, also der Tag des Schakals. Eine neue Serie, die gerade auf Sky läuft, Hauptrolle Eddie Redmayne. Die weibliche Hauptrolle spielt Lashana Lynch und die könnte man auch kennen, zum Beispiel aus The Woman King, den hatten wir in der Sneak Preview, aus The Marvel, Dr. Strange and the Multiverse of Madness, aus dem letzten James-Bond-Film, Keine Zeit zu sterben und so weiter. Also, die ist schon durchaus, also, wenn man sie sieht, weiß man sofort, wer das ist, wenn man auch vielleicht den Namen gerade nicht so parat hat. Und, ja, der Jackal ist eben Eddie Redmayne und im Gegensatz zu diesen anderen, wo er eher immer so ein Lone Wolf war, also wie bei Bruce Willis oder so, hat er eine Familie in Spanien. Also, er hat Frau und Kinder und so weiter und spielt er halt so ein Leben vor, dass er halt immer viel unterwegs ist für seine Firma und dadurch, dass eben diese Aufträge sehr viel Geld einbringen, geht es ihnen auch sehr gut, hat ein tolles Haus und so weiter. Und sie stellt dann dadurch auch keine weiteren Fragen. Ihre Freunde stellen dann allerdings auch Fragen, was da nun ist, weil es ergibt sich dann mal so eine, ja, so eine Situation, dass sie denkt, er geht fremd und so. Und dann forscht sie halt mal nach, weil er sagt halt, er fliegt weg, die verabschieden sich und dann hat er aber doch noch irgendwas zu tun in der Stadt. Und sie geht Blumen kaufen und sie sieht ihn zufällig in einem Auto sitzen und deswegen guckt sie dann sich doch mal den Grundriss des Hauses genauer an, er erkennt dann irgendwie einen versteckten Raum und so weiter. Und Eddie Redmayne, man sieht ihn halt immer diverse Aufträge ausführen mit einer überragenden Präzision. Allerdings wird er dann ein bisschen sloppy, ähm, bei manchen Sachen und da geht ein bisschen was schief und, ähm, da bin ich jetzt gerade, also Folge 6 ist es, glaube ich, oder so. Ähm, da wird er dann schon noch langsam, äh, geret er dann auch ins Fadenkreuz und, ähm, ich finde es extrem gut gemacht. Also Eddie Redmayne ist ja irgendwie so ein Sympathiebolzen, finde ich. Also der kann ja eigentlich spielen, was er will und hier spielt er halt wirklich so diese absolute Nemesis. Also, also wer, so ein, so ein Auftragskiller, der einfach völlig, also auch, wenn er jetzt, was weiß ich, irgendjemand ins Auto steigt, weil er schnell irgendwo wegkommen muss und, und hält da jemand die, die Pistole, ja, du fährst mich jetzt und die Person dann trotzdem erschießt, auch wenn er zeigt, von mir, weißt du, er spielt wirklich den voll kalten Killer, der aber total so sympathisch aussieht und nett aussieht und man kennt ihn ja auch eigentlich total nett und sympathisch aus seinen Rollen. Und hier jetzt mal wirklich so, ja, so, so ganz ambivalent. Also ich finde es richtig gut gemacht und toll gedreht auch und, ähm, sehr, sehr, also sehr gute Serie, The Day of the Jackal. Also Empfehlung von mir, bis dato, bis zu Folge 6, mehr kann ich noch nicht sagen. Ähm, dann eine weitere Empfehlung, die ich tatsächlich habe, die ich ein bisschen durch Zufall entdeckt habe, ist auf Amazon Prime, die Serie Licht aus. Sagt dir das was eigentlich? Ha, die haben wir durchgeguckt, ja. Ja, habt ihr auch durchgeguckt. Tatsächlich, haben wir durchgeguckt, wollte ich die empfehlen, habe ich aber dann vergessen. Ja, ich habe es letzte Woche durchgeguckt, ja. Ja, weil, weil, weil doch sehr, sehr cool gemacht, sehr cooles Konzept, sehr coole Idee. Erzähl doch, worum es geht. Also es geht darum, dass, ähm, sechs, in Anführungszeichen, Prominente werden in eine, in ein Haus eingesperrt, was komplett dunkel ist. Also wirklich komplett kein Licht, also gar nichts, also wirklich nichts. Sie werden dann am Anfang reingeführt, dann hat jeder noch die Möglichkeit, sich ein paar persönliche Gegenstände, die er vorher bereitgelegt hat, mitzunehmen, wenn er sie findet, denn im Dunkeln. Kehrwisch. Ja, genau, ein Besen, Kehrbesen, ähm, auf jeden Fall sinnvoller als ein Familienfoto, finde ich, im Dunkeln. Und, ähm, also zum Beispiel dabei Pietro Lombardi, ähm, Jochen Schropp ist dabei, ähm, äh, wie heißt sie, äh, ach, ich komme gerade nicht auf die, auf die ganzen Namen, äh, die Luna Schweiger ist dabei, die Tochter, die Tochter von Markus Söder, äh, Gloria irgendwas. Das war's, ähm, komme ich jetzt gerade nicht auf den, auf den Namen, ähm, dann, ähm, Gedeon Burkhardt ist dabei, ist frühere Kommissar Rexherrchen und, äh, ja, der auch bei Inglorias Bastards mitgespielt hat, äh, Negar Armani ist dabei, wer ist noch? Ach ja, genau, dann, ähm, ein, ein blinder Comedian, ähm, ist dabei, der sich natürlich dann auch halbwegs gut zurechtfindet, da, komme ich gerade nicht auf den Namen, Timor, Timor irgendwas, ähm, dann, mir fehlt jetzt noch die Moderatorin von, äh, von Joko und Klaas hier. Also, pass auf, pass auf Gottes Willen. Also, Gedeon Burkhardt, Luna Schweiger, Negar, Amiri, Janine Mikkelsen. Janine Mikkelsen, genau. Jochen Schropp, Pietro Bardi, Steven Gätchen als Moderator, als Host, Timo Turgar, Gloria, Sophie Burkhardt. Das war die Tochter von Söder, genau. Genau, das ist sie. Und, äh, Sandra Sankzari. Ah, ja, das ist aber die, die Psychologin, die das mit betrachtet, das Experiment, ähm, denn das ist ein Experiment, sechs Tage lang in völliger Dunkelheit und, äh, man kennt's ja schon, wenn man mal als Kind in den Keller musste, um irgendwas zu holen, man hat schnell den Lichtschalter ertastet, weil man doch irgendwie ein bisschen Bedenken hatte und, so ist halt hier auch, ne, die gehen halt wirklich in völlige Dunkelheit rein und, ähm, zum einen, sie können jederzeit abbrechen, wenn sie sagen, sie können das psychologisch nicht irgendwie, ähm, aber sie bekommen dann auch immer mal so Aufgaben. Das Ganze hat einen angenehmen Spin, weil das eben nicht so Big Brother mäßig ist, obwohl die natürlich Big Brother mäßig eingepfercht sind, ähm, das Ganze hat den Spin, dass man eben nicht bewusst irgendwelche Stinkstiefel mit reingenommen hat, wo man weiß, zwischen den beiden Personen wird's auf jeden Fall Beef geben oder so, sondern man hat halt wirklich welche genommen, wo man sagt, okay, hey, die können sich dann auch in so einer Situation gegenseitig, äh, stützen oder aufbauen oder sowas und das ist halt sehr, sehr angenehm, äh, zu schauen, das halt wirklich mal als Experiment zu schauen und die müssen halt dann auch immer so Sachen machen, das eine der ersten Experimente ist, sie werden mit so einem Seil irgendwo gezogen, ja, und abgesetzt und dann wird ihnen gesagt, ja, das ist jetzt ein 30 Zentimeter breiter Balken in sechs Meter Höhe, du musst da jetzt hier mal drüber balancieren und am Ende ist was, das musst du mitnehmen und in Wirklichkeit ist dieser Balken aber einfach 20 Zentimeter über der Erde, ne, und die, die sehen's halt nicht und lauter solche Experimente und dann natürlich auch im Dunkeln Essen, wie macht man das und, ähm, ja, also ist echt ein cooles Ding, sind sechs Folgen, Steven Gäthchen moderiert das, äh, wie gewohnt, top, ähm, man kann's nicht. Deswegen haben wir es überhaupt angeguckt erstmal, weil wir gesagt haben, hey, wenn Steven Gäthchen das macht, dann wird's schon kein kompletter Trash sein. Ja. Das war so das erste Qualitätsmerkmal und, äh, haben wir uns das dann angeguckt und wie du's gerade schon gesagt hast, äh, es war echt nicht schlecht, es war, weil dadurch, dass du halt auch gesehen hast, so arg viel ist da nicht gestaged, weil diese ganzen Interviews und so ist halt auch in Dunkelheit und du siehst halt die riesen Pupillen von den Leuten, das ist so krass, da auch sich erstmal dran zu gewöhnen, zu sagen so, oh mein Gott, so, boah, was ist bei denen los, äh, echt wild, wirklich wild und krasses Experiment, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Nee, schon gar nicht mit so vielen Leuten in einem Zimmer zu schlafen, also die haben dann so ein Bett, das ist fast so ein bisschen wie bei, äh, 2001 Odyssey im Weltraum, so ein großes, rundes Bett, wo dann die so Pizzascheiben mäßig so, äh, ihre Bettstückchen haben und, ähm, ja. Ja, die haben auch nicht viel gezeigt, also da sind bestimmt auch noch ein paar, ähm, das Beste war das, das Malheur auf der, auf der Toilette, wo es plötzlich unten nass war, und das war aber auf der Damen-Toilette, haha, man könnte ja denken, die Herren-Toilette, nein, nee, echt empfehlenswert, also Prime Video, ähm, wenn ihr das habt, guckt da mal rein, Licht aus, ähm, ihr seht schon in der ersten Folge, ob's euch, äh, eventuell gefallen wird, weil es ist echt ganz, ganz nice gemacht und ist halt nicht so, ich mag das halt nicht, wenn das so biefig dann wird und, und so fremdschämerig und irgendwelche Leute, die hat mir das, weißt du, wenn die dann so diese, diese, diese Wok, nee, wie heißt das, ähm, ja, diese, diese, wenn sie in die Kamera sprechen, dann, äh, in diesem Raum, wo sie nur mit der Kamera sprechen, weißt du, wenn die, äh, die hat das gesagt, ach, das kotzt mich mal an. Aber kurz hattest du denn den Anschreien, ne? Ja, ja, weil natürlich. Mit der Gloria und der Janine. Genau, weil die mussten sich dann mal irgendwie alle der, der Berühmtheit nach sortieren und dann wurde sie halt irgendwie nach hinten sortiert, weil, ich muss ehrlich sagen, wo, wo es hieß, wo ihr Name, doch, kannte ich nicht, ich kannte die nicht, also, ich weiß, ähm, ich kannte die so alle, außer sie, also ich hätte sie sogar noch weiter, ich kannte sogar den Comedian, den hatte ich ja irgendwie so ein Bit mal gesehen, die flog mal bei mir bei Instagram vorbei. Ähm, ich hätte sie sogar ganz hinten einsortiert, aber da war sie natürlich pisst, weil, natürlich, ja, mein Papa ist hier Markus Söder und ich bin hier Model und ich war schon mal. Ja, sie war ja schon auf dem Cover der Vogue. Auf der türkischen Vogue, das haben sie ja dann noch. Ja, ja. Naja, also guckt da mal rein, Licht aus und, ähm, wenn ihr da einmal dabei seid beim Reingucken, ab dem 21. November, das ist ja quasi bald, das ist nämlich in vier Tagen, wir nehmen nämlich heute am 17. auf, startet eine neue Serie. Ja, ja, könnt ihr gleich bei Amazon Prime bleiben. Ich weiß eigentlich nicht, ob die gut ist, also meine Empfehlungen sind immer so ein bisschen vage, bis jetzt habe ich euch nur gute Sachen empfohlen, wahrscheinlich das auch. Ähm, es gab mal einen Film, Gefährliche Liebschaften, dann gab es ein US-Remake davon, das hieß, äh, Cruel Intentions, Eiskalte Engel, dürfte fast jeder kennen aus einer gewissen Generation, weil zum einen saugeiler Soundtrack und zum anderen überragende Darsteller, die dann auch woanders mitgespielt haben. Ähm, und davon gibt es jetzt eine Serie, und zwar von diesem, in Anführungszeichen, US-Remake, das gibt es jetzt als Serie, äh, Cruel Intentions-Dramaserie ab dem 21. November auf Prime Video. Sarah Catherine Hook und Zach Burgess, vor Kerbons grubellose Charaktere in einem Spiel um Macht und Verführung, kehrt zurück in einer neuen, modernen und gewagten Serie, ähm, genau. Spielt an der elitären Universität Manchester in, äh, nicht in Manchester, sondern das Manchester College in der Nähe von Washington DC. Und da gibt es die privilegierten und entschlossenen Studenten, die Spiele spielen, äh, um Macht und Einfluss, ja. Also, ich hoffe, es wird gut, ähm, ich hoffe, es hat auch einen geilen Soundtrack wie damals, äh, Eiskalte Engel, weil den hatte ich mir auch gekauft, damals sogar auf CD, weil der war richtig gut. Und, ähm, noch zwei Worte zum, zur Serie The Penguin, die letzte Woche zu Ende gegangen ist, ähm, oder die, die Staffelfinale hatte. Ich hatte mich ja so ein bisschen am Anfang, ich hatte so gesagt, ja, hoffentlich machen sie es so wie bei The Batman, dass auch so ein paar gute Lieder in den Soundtrack reinkommen, die zu den Szenen passen. Haben sie dann auf jeden Fall gemacht und die Serie ist einfach überragend gut, The Penguin. Es hat halt so ziemlich nichts mit dem, was man sonst so kennt, zu tun mit Batman und Pinguin und sonst was, sondern es ist einfach von den, in dem Geist von Sopranos eine beinharte Gangster-Serie, die in einem düsteren Universum spielt, wo irgendwie gefühlt die Polizei so ziemlich fast gar nichts macht und, ähm, den Gangstern völlig freie Hand gelassen wird und das Staffelfinale, boah, das hat mich umgehauen, weil, ja, ich will nicht verraten, was da passiert, ähm, ja, aber Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie weit bist du da, so? Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hab die zweite Folge noch nicht angefangen, weil ich eben gerade in Tulsa King wieder versumpfe etwas, das auf Paramount Plus in die zweite Season gegangen ist vor ein paar Wochen und das ist absolut großartig. Also wenn man die erste Staffel mochte und die Art mochte, wird man es lieben, wie es weitergeht. Okay. Alles klar, dann sind wir durch für heute, steht noch nichts drin beim Musiktipp, da mach ich was aus der Lameng hier, es sei denn, du hast was. Wollen wir was nehmen aus, äh, The Penguin oder was aus Eiskalte Engel? Ich hätt was aus Rikis der Nicke gewonnen. Okay, dann sag an. Baby, I masturbate, nein, Spaß. Nein, 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 nimm aus, aus Penguin, komm. Aus Penguin, okay, dann wird's The Cure mit The Forest, was auch mal kommt. Ah, nee, warte mal, The Cure hatten wir schon, ähm, dann, ah, ich guck mal noch nach, was das war. Ja, auf jeden Fall ein Song von Sisters of Mercy, der drin war, ähm, in der einen Folge, den ich auch sehr passend fand. Such ich nochmal nach, welcher genau das war, hab ich grad vergessen. Ja, packe ich mit auf die Playlist auf Spotify, die da heißt Kinocast Songs, dürft ihr gerne abonnieren, kommen halt immer mal ein paar neue Songs aus Filmen und Serien drauf und könnt ihr parallel zur Playlist von dem Podcast, von dem Podcast hier abonnieren. Ihr dürft auch gerne, man kann jetzt, glaube ich, bei Spotify auch Kommentare schreiben oder so, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich hab da nur irgendeine Mail bekommen als, ja, hallo Creator, was geht jetzt hier, wir können jetzt hier Kommentare und so, ähm, mich würde mal interessieren, wenn jemand einen Kommentar schreibt, ob ich dann irgendwie eine Notification oder irgendwas bekomme oder so. Ja, probiert das mal aus, würde mich interessieren, ob ich da wenigstens, weil wenn ich da nichts per E-Mail bekomme, dann hilft's mir gar nichts, weil ich kann jetzt nicht jeden Tag alle Folgen durchgucken, ob da irgendwo was ist. Okay, dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Heute gehe ich nochmal ins Theaterhaus zu Niklas Kolortz. Das hat sich mein Sohn gewünscht. Das ist ein Wissenschafts-YouTuber. Oh. Ja, genau, der macht da so eine interessante Wissenschaftsvorführung, sowas wie methodisch. Lass du heute noch was, ey? Methodisch inkorrekt und so, ja. Hat auch Bücher geschrieben, die letzten Rätsel des Universums zum Beispiel und so. Habe ich mich mittlerweile reingearbeitet in das Thema, damit ich bereit bin. Genau, dann bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast. Bis bald. Bis bald im Parage. Bis bald im Prinocast. Vielen Dank.